Hallo, ich bin Esther, und das ist Proste Jiddisch, ein Podcast für alle, die sich Jiddisch lernt. Aber wenn du mehr weißt, wie ihr das schon wisst, dann, wir seien zurück mit einem nächsten Episode, und in diesem Episode haben wir einen Gaststern, Juli Alice Sheva. Ich freue mich sehr, zu haben einen soen Gast. Und ich will reden wegen einem Jiddisch-Film, den ich im Kino geguckt habe. Ihr seid bereit? Gut, lass uns ein bisschen Jiddisch hören. Proste Jiddisch! Schalom Aleicha! Ich heiße Juli Alice Sheva. Ich bin 37 Jahre alt. Und ich rede Jiddisch. Ich habe nicht jüdisch geredet, wenn ich bin gewesen, wenn ich gewesen bin, wenn ich gewesen bin, habe ich gemeint, dass Jiddisch ist deutsch. Das heißt, es kann sein, dass ich, ein junger Mensch, soll kennenreden Jiddisch. Unmöglich! Und auch, wie ihr hört, rede ich schon Jiddisch. Wie ist euch? Weil ich auch sagen, wie ist euch. Der Proste, der Prost der Erntfehl ist so. In J. 2009 habe ich sich gelernt beim Jiddischen Bücherzenter in Amherst, Massachusetts. Asche hat ihr einmal gehört von dem Jiddischen Bücherzenter. Es ist eine berühmte Organisation, eine wichtige Organisation, eine berühmte Organisation, eine berühmte Organisation und eine berühmte Organisation. Wie Zäuber hat es transformiert mein Bewusstsein. Aber warte, schule, was? Das ist Prost der Jiddisch. Lommen jetzt ein Prost der Wetter und reden zu der Sache. Der Jiddische Bücherzenter hat mich etwas gelernt. Nun, ja, Jiddisch. Ich habe sich dort gelernt Jiddisch, aber mehr wie das. Beim Jiddischen Bücherzenter habe ich ungeheuwen zu verstehen, als Jiddisch, das ist nicht nur eine Sprache. Als Jiddisch, es ist nicht nur eine Kultur. Als Jiddisch, es ist nicht nur eine Geschichte. Als Jiddisch, das bin ich. Und Jiddisch, das bist du. Jiddisch ist nicht nur etwas, was macht uns, wer wir sein. Wir machen Jiddisch, was Jiddisch ist. Ich habe allem auch gemeint. Als Jiddisch ist etwas fremd. Es ist modern, etwas alt, etwas, was ich darf verstehen, etwas, was ich darf dienen, etwas, was ich darf gefehlen. Aber jetzt verstehe ich. Wir machen Jiddisch. Wir schaffen Jiddisch. Wir formieren Jiddisch und wir können transformieren Jiddisch. Weil Jiddisch, Jiddisch ist nicht nur die Baubeseide. Jiddisch, das bin ich. Und Jiddisch, das bist du. Was meint ihr, Zuhörer? Ihr seid Jiddisch? Wir schaffen Jiddisch zusammen? Ich bin Maskem. Alle, was reden und lernen und lernen sich Jiddisch, seien ein Teil von Jiddisch. Und jetzt, ein Filmrezensie. Ich bin letztens gegangen in Kino und hab geguckt, ein Jiddisch-Film, ein neuer Jiddisch-Film, was ist nur Wasser raus. Der Film heisst Städtl und man hat ihn filmiert in Ukraine, in 2021. In Anhäb von dem Film, ein junger Mann, Mendele, kommt daheim in sein Städtl. Sie ist 1941 und die Sowjeten kontrollieren schon das Städtl. Aber wir, der Eulen, weissen, dass die Deutschen seien nicht weit weg. Der Film schildert das tagtägliche Leben und die Menschen, was wohnen in einer jiddischen Städtl. Man sieht die Spannungen in Städtl. Teil Menschen willen gehen auf eine neue Weg. Teil willen halten mit die alten Städtl. In dem Film seien man Chassidien, moderne Jidden, Sowjeten und noch. Menschen schreien und kriegen sich. Und es ist euch ein Liebermeister und fragt es von Mischbacher und Frömmkeit. Sroff-Dialog in einem Film ist auf Jiddisch. Aber man hört euch Russisch und Ukrainisch. Das Städtl ist doch gewähn also. Teilakteuren reden Jiddisch sehr schön. Aber der Aräusred bei gewissen Akteuren ist öffschen nicht also natürlich. Der Film aber hat eine Sache gehören. Es ist ein Machaie zu gucken, Mäusche Lobellen, was spielt die Hauptrolle, Mändler. Und Saul Rubenegg spielt euch sehr fein. Der Film ist ein Schwarz und Weißer und als seht euch Lebedeck in Städtl. Es ist nicht allemal leicht zu gucken und kann sein amal ein bisschen läppisch. Aber es ist gewähnt ganz rierendig. Als ihr hat eine Gelegenheit, gib eine Gucke auf Städtl. Schöne der Soff von dem Episod. Ein großer Dank, Schuli Elisheva. Ich bin so dankbar, dass du mir geschickt hast, eine Rekordierung. Und an der Mohnung? Proste Jiddisch hat jetzt soziale Medien? Ja, ihr könnt abonnieren auf Facebook, X und Instagram. Und hören, was es tut sich mit dem Podcast. Ein großer Dank, Manin. Chevre, seid mir gesund und stark. Wir wollen sich treffen in einer Woche rum. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017